Im Jahre 2019 wurde die Betul-Basir-Moschee in der Stadt nahe von seiner Heiligkeit, Hazret Mirza Masjul Ahmed, Ayadol Atala Ben-Israel Aziz, eingeweiht. Am 14. Juni 2011 wurde durch seine Heiligkeit der Grundstein für die Basir, das heißt der Alleinstehende, also das ist ein Name Gottes, für die Basir-Moschee gelegt. Die Bauarbeiten begannen jedoch erst ab dem Jahre 2017. Fast zwei Jahre später wurden nun im Oktober dieses Jahres die Erschließungsarbeiten in der neu entstehenden Siedlung Mehdiabad fertiggestellt. Ja, dank der Gnade Lars am 3. Oktober war zum einen natürlich der Tag der offenen Tür bundesweit in allen Moscheen der Jamaat und zum anderen in Mehdiabad hatten wir die Besonderheit, dass dort die Erschließung der Siedlung fertiggestellt wurde, das heißt die Straßen sind gebaut worden. Die Jamaat kaufte den Bauernhof mit rund 20.000 Quadratmetern Ackerfläche bereits im Jahre 1989. Ziel war es ja in erster Linie die Moschee zu bauen und mit der Moschee zusammen kam dann diese Möglichkeit der Siedlung. Das hat sich dann ergeben, weil das gesamte Gelände einfach nicht erschlossen war und es war auch kein Bauland. Die Gespräche mit den örtlichen Behörden gingen über mehrere Jahre. Bis im Jahr 2008 der Bau schlussendlich genehmigt wurde. Und vor einigen Jahren haben wir dort aufgrund einiger Bemühungen, auch die von der lokalen Jamaat mit der Zentrale zusammen durchgeführt wurden, haben wir dort die Genehmigung bekommen eine Siedlung zu bilden, also ähnlich nach dem Konzept von Peace Village, wie es in Kanada der Fall ist, nur natürlich wesentlich kleiner, mit insgesamt elf Grundstücken. und dafür war die Bedingung, dass die Jamaat dann auch die Erschließungsmaßnahmen, die Straßen baut und sämtliche Leitungen und so weiter legt. Und diese Straßen werden auch öffentlich sein. Und das wurde dann fertiggestellt im Sommer, im August diesen Jahres und am 3. Oktober dann mit eröffnet. Und das wurde dann noch ein paar Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020